Was ist der DaVinci-Roboter? In Amerika werden inzwischen 95% aller Prostatakrebsoperationen mit diesem DaVinci-Roboter gemacht, aber neben Prostatakrebsoperationen können wir auch andere Tumoroperationen machen. Ganz besonders gut eignet sich das Gerät für die Entfernung von Nierentumoren, organerhaltende minimalinvasive Nierentumoroperationen, aber auch andere Operationen aus dem Bereich der sogenannten Rekonstruktion, wo wir am Harntrakt Veränderungen operieren, wie zum Beispiel Harnleiterrekonstruktion, bestimmte Engstellen reparieren. Diese Operationen und auch aus dem Bereich Inkontinenzbehandlung ist der Roboter sehr geeignet. Die Vorteile liegen ganz klar auf der Hand. Wir haben bei der Konsole, in der der Operateur auch einschaut, ein 3D-System, das heißt man sieht schon mal ein dreidimensionales Bild. Dieses wiederum ist auch vergrößert, das heißt die Sicht des Operateurs von den Organen oder der Gegend, wo man operiert, ist schon mal perfekt und besser als bei einer offenen Operation oder auch bei einer konventionell endoskopischen Operation. Der zweite Vorteil ist, dass wir eben durch die Präzision der Umsetzung der Handbewegung eins zu eins auch eine wirklich umfassende Handbewegung im Körper haben. Das heißt, man kann wirklich die Bewegung der Hand eins zu eins übersetzen auf die Bewegung der Arme. Und das führt eben dazu, dass wir sehr präzise operieren können. In Kombination mit der besseren Sicht führt das eben am Ende dann auch gerade bei Prostatakrebsoperationen, gerade bei Tumoroperationen, zu einer wirklich auch deutlich besseren Qualität der Operationsergebnisse für die Patienten.